voll leckerchen lecker butterbrot ehrlich war schön wir machen das immer eine rückwärtsversprechung a la carte also von der karte aber ich tue ja nicht ablehnen die karte ist ja hier in the brain ist der net reading from the paper also joel peter pinard soll hier rückwärts versprochen werden bei den zähnen und kommt das ja hier gleich auf einmal raus auf dem bildschirm wo man nicht joel peter pinard rückwärts also brain not reading from the paper rock'n'roll das ist es schon wieder verwesen ich würde sagen allen eine gute verschlafung